Was geht ab, liebe Leute? Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Wir zocken mal wieder eine Runde Fracht. So, Moment. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Aber da ist auch einer. Da ist einer. Ich... Oh, scheiße, Mann. So. Ich natürlich als schwarzer... Schwarzer Typ bin ein bisschen auffällig hier auf weißen Underground. Warte. Den mach ich weg. Den mach ich weg. So, zurückgebracht erst mal. Ach, da ist ein Gegner. Was geht denn jetzt? Er hat noch einen weggemacht. Was ist hier los, Mann? Der Boss ist back in action. So geht's. So geht's. Und nicht anders. Ah, kommt ruhig. Ihr seht doch eh, dass ich komme. Sneaky, sneaky. Wir müssen die Rebellen in diesem Bunker erledigen. Ich will nicht von ihnen anschleichen. Weg von meinen Kollegen, Mann. Wie ich dein Leben gesaved hab, Alter. Nein, habe ich den nicht erst auf der anderen Seite gesehen? Oder laufen da mehrere rum, die so hässlich sind? Nein, Leute, was ist denn los hier? Sorry, ich rede auch gerade ein bisschen wenig, aber weißt du, du kommst hier rein und direkt ist die Action des Jahrtausends los, weißt du, was sollst du da auch machen, sonst mit so einem Erbsenhirn, so wie ich es hab, Alter. Meinst du, meinst du, du entkommst, meinst du, du kannst hier an mir vorbeikommen und die Sache einfach so mitnehmen? Wir liegen übrigens zurück, was mir gar nicht gefällt. Auf jeden Fall, was spielt denn der für eine Waffe, Samma? Ach die, alles klar. Ja gut, Leute, du kommst rein, 16,3, einer bei uns hat 5 zu 23, 13 zu 22. Äh, läuft, läuft, läuft. Okay, so Leute. Haben wir schnell eine andere Map rausgesucht. Ja gut. Yes, man, was geht ab. Kein Bock, zweimal hintereinander gleich Map zu spielen, Alter. Was ist denn das gewesen? Versteh ich nicht. Egal. So, schön die Ladungen. Ja, man, kostenlose Ladungen, Alter. Was denn, was denn, Junge? Ja, gebumst hab ich dich. Ah, ich bin runtergefallen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich den Angreifer spielen soll, also den Kofferträger oder... Oder doch eher den Verteidiger. Zurückgebracht, exactly, man. Exakt. Auf jeden Fall, Alter. Hatte ich nicht noch mein Ding ins... Hatte ich nicht noch meinen Schuss aktiviert? Komm, zeig deine hässliche Visage rum. Das hast du davon. Kedo. Du Furzgesicht. Ah, die war scheiße geworfen. Ja, Junge, treffen musst du. What the fuck? Ja, du kommst wieder in laufendes Spielrennen und bist wieder direkt der Beste des Teams. Tja, so läuft's halt, weißt du? Wenn du ein Boss bist, bist du halt ein Boss. Wenn du... ja egal. Ich weiß nicht... Ich wollte nichts sagen, Leute. Alles cool, alles cool. Gehen Sie bitte drauf. Da ist noch ein Kollege. Gehen Sie auch bitte drauf. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit. Was ist los? Was ist los? Er hat mich doch nicht alleine getötet jetzt, oder? Ich hatte doch meinen scheiß Schuss aktiviert. Bin ich vollkommen verblödet, oder was? Ich will nicht... Was ist los? Ne, 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 Leute. Habt ihr gerade gesehen, mit welcher Waffe er gespielt hat? Tut mir leid. Das funktioniert nicht... Eigentlich... Da, wo ich herkomme, funktioniert das nicht auf diese Distanz. Mit einem Schuss, wenn ich 100% Lebensenergie habe. Also... Naja, okay, alles klar. Vielleicht bin ich auch zu dumm, diese Waffe zu benutzen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich bin ich einfach zu dumm. Und zu hässlich. Ich bin einfach zu hässlich dafür. Ja? Einigen wir uns darauf. Einfach zu hässlich. Ja, Junge. Komm doch. Komm doch, du Sackfresse. Komm doch, komm doch, Junge. Ich mach euch alle weg. Komm doch, Sackfresse. Komm doch! Wer will denn noch? Oh shit, nicht du! Haha, nicht du! Haha, nicht du! Komm doch! Hier Sackfressen. Anscheinend bin ich der einzige, der hier verteidigt. So, Sackfresse Nummer 4 oder 5. Komm, komm! Komm, Sackfresse! Los! Du auch noch! Komm! Als wenn du entkommst, Junge. Ich hab mich selber getötet, Junge. Ach, du bist einer von mir, Junge. Hast du noch mal Glück gehabt? Sonst wärst du direkt tot, du. Mann, ey. Komm, Sackfresse! Was ist denn hier los, Mann? Mein neues Lieblingswort, übrigens. Boah, Junge. Dieser Assortman, Alter. Wie der abgeht, der muss einen riesen Teil erholen. Nein, ich weiß nicht. Reicht jetzt mal. Wahnsinn. Ich kann nicht mehr... Ich kann diese Thermaldinger nicht mehr werfen. Ich bin einfach zu blöd dazu. So, Sackfressen, Johnny! Ja, da kannst du nichts mehr machen mit deinem Scheiß... Dreck da, Alter. Ich halte euch den Rücken frei. Ich halte euch den Rücken frei. Ich camp jetzt hier. Ganz kurz. Um die jetzt zu verfolgen. So. Wir haben die Fracht zurückgeholt. Okay, der ist da rumgelatscht. Der ist da rumgelatscht. Den holen wir uns. Da ist auch noch einer. Jungs, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt! Du Stück Scheiße, Alter! Schämen sollte der sich... Schämen! Wer war das aus meinem Team? Wer war das aus meinem Team? Hat jemand den Namen erkannt? Schämen solltest du dich, Junge. Was geht mit dir ab, Alter? Ich mach die ganze Arbeit und er staubt ab, anstatt mal die Leute erst zu töten. Step it. Ach, komm herauf. Das ist die neueste Taktik, wa? Bei jedem... Irgendwie... Bei jedem Spielmodus... Wo irgendwie Objectives mit drinne ist... Ist irgendwie die neueste Taktik, weil Star Wars... Einfach nur dieses Schutzschild nehmen, wa? Kleine Pussis, eh? Ah, egal. Macht, was ihr wollt. Ich werd jetzt eine Sack fressen nach der anderen weg. Oh, zack, noch eine. Zack, noch eine. Zack. Tot. 29,8. Ach, du Scheiße, Alter! Ich hab dreimal so viele Kills fast, wie der Zweite in der ganzen Lobby. Was geht denn ab jetzt? So, jetzt hab ich dreimal so viele. Hör auf, Alter! Wie oft will der mich noch töten? Ich heule gleich, Mann. Ich heule einfach gleich. Hallo, ich will spawnen. Hallo, Bessers von aller Zeiten. Hallo. Hallo! Kedo! Was ist los mit dir? Ich, äh... Sag mal... Ich glaub, das ist... Ich glaub, das ist gerade die Beste. Ich steh noch, Hule. Ich bin so... Scheiße, Mann! Kedo, Junge! Ich hasse dich, Alter! Ich hasse dich, Junge! Du Popelfresser! Hallo, sterben Sie mal bitte! Was ist los jetzt hier? Okay, wir liegen vorne. Eigentlich können wir jetzt noch verteidigen. Stirb, Junge! Stirb, Sackfresse! Kann mal jemand die Sackfressen zählen? Wie oft ich Sackfressen kalt hab. Nice! Ich kann mir jetzt verteidigen, ne? Wir liegen deutlich vorne. Wir verteidigen jetzt. Ich für meinen Teil verteidige jetzt. Ist mir scheißegal jetzt. Wir haben jetzt genug fürs Team gemacht. Mit 5000 Punkten. Doppelt so viele wie der Zweite in der Lobby. Würde ich sagen. Hat doch gut gemacht, der Service. Du musst auch treffen. Warte mal, ich zeig dir mal, wie es geht. Okay, noch nicht. Ja, komm, komm, Sackfressen. Was ist los eigentlich? Wie oft will ich das eigentlich noch sagen? Ich bin vollkommen blöd. Was ist los, Junge? Dieser Typ, der regt mich ein bisschen auf. Das ist der einzige, der mir ein bisschen Kontakt gibt. Und Kedo. Abstauber's ab! Ja, Mann. Abgestaubt. Aber richtig. Wie die krasseste Hausfuhr überhaupt. Rapper bin ich auch noch nebenbei. Alles klar. Ah, wo. Hey! Hey! Yes! Oh, shit! Boah! Ah, wo kommt die denn jetzt? Die kleinen Schurken hier. Was ist los? Was ist los? Der überlebt ist? Was ist los? Der eine hat den Raketenschuss überlebt? Wenn der mich übrigens noch einmal tötet, wa? Ich bin gerade nur so gnädig, dass er nicht auf die Liste kommt, weil ich so krass abgehe gerade. Was nicht mehr menschlich ist, ja. Ich bin ein Roboter, glaube ich. Ich bin der Terminator von Star Wars, Junge. Puh. Okay, let's go, man. Ja, hör bloß auf, Kedo. Hör doch auf mit der Scheiße. Von hinten, von vorne. Wenn ich dich jetzt noch... Ah, hinten, hinter mir wieder, weißt du? Alt Pfeifer. Ne, doch nicht. Dacht schon, ja. Von den kleinen Sträuchen. Wir haben die Macht. Boah, vielleicht lasse ich auch die allererste Runde einfach weg. Und nur das so. Ich wollte es einfach wissen, so. Ich wollte es einfach wissen. Ich wollte es einfach wissen. Ich habe ihn herausgefordert. Hätte ich nicht machen dürfen. Ich habe einfach sämtliche, sämtliche Ladungen verballert, die ich habe. Oh shit. Ja. Es geht. Es geht. Ey. Aufpassen, bitte. Den wollte ich richtig mies abstauben. Habt ihr gesehen? Den wollte ich auch abstauben. Komm, 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 komm. Komm doch. Jetzt ruhig. Ziemlich ruhig ist es. Ja, Jungs. Das ist scheiß Ding, ne? Das muss da mal weg. Alter. Ja, aus dieser Distanz würde ich sagen, okay, ein Schuss bist du weg. Aber vorhin, das war schon krass weit weg, ja. Sind hier noch Leute drinnen? Ja, die sind noch drinnen. Kommt hier? Wollt ihr es nochmal wissen? Ich habe gesagt, ich werde jetzt campen. Bist du dumm? Guckt euch das an. Das meine ich. Das meine ich. Wie dumm bist du, Stück Scheiße. Hoffentlich stirbst du jetzt. Ach, schade. Ah, ja, super. Cool. Ordentlich. Ey, sag mal. Wie verblödet muss man eigentlich teilweise sein? Er sieht doch, dass ich da schon stehe. Ah, Kido. Auf die Liste bitte. Komm. Pack den bitte auf die Liste. Das Stück Scheiße, Alter. Alter, hab ich den weggebummst. Alter Schwede. Weggebummst. Ach du Scheiße, Mann. Ich bin zu krass einfach. Hätte ich jetzt noch Ladungen, würde es alles noch ein bisschen besser aussehen, glaube ich. Aber die habe ich wirklich... Ich bin sehr verschwenderisch damit. Okay, der ist wirklich ein Spaß. Oder ziemlich dumm, sagen wir es mal so lieber. So ein bisschen... Was macht er da? Er träumt einfach. Jungs, da vorne ist einer! Ey, was machen die da? Was geht ab, Junge? Doppelt so viele Punkte fast. Wie der zweite der ganzen Lobby. 30 Kills mehr als der zweite der Lobby. Shit, shit, shit. Wenn ich jetzt nicht hier... Was? Höchste Einsatzpunktzahl? Ach ja, okay. Ist egal. Ist egal. Ich glaube ich... Ich glaube ich mache nur die Runde. Also den Anfang schneide ich irgendwie so ganz komisch zusammen. Weil das davor hat sich gar nicht gelohnt. Ja, das war eine heftige Runde. Von den Kills glaube ich meine allerbeste überhaupt. Ja, ich glaube schon. Habt ihr... Was heißt Glück? Aber... Habt ihr Glück so ein bisschen in Anführungsstrichen? Dass es nicht in Folge 100 war. Weil dann wäre es ja schon fast vorbei. Tja. Man kann sich auch mal ein bisschen feiern. Wenn man der krasseste der Welt ist. Spaß, Mann. Aber... Das war eine geile Runde. Hätte ich nicht gedacht bei Fracht. So. Und ich schäme mich nicht, wenn wir in Führung sind, als der Verteidiger der Verteidiger. Da zu warten auf die Leute. Denn... Ja. Man hat ja gesehen, dass ich ganz gut verteidigt habe. Ist auch scheißegal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir hören uns gerne beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Und ja, wenn es euch gefallen hat... Kofferträger Soros hat zugeschlagen. Obwohl Kofferträger ja nicht... Ich hab dann nämlich doch entschieden, den Verteidiger zu machen. Ähm... Ja. Wenn es euch gefallen hat. Mehr sehen wollt ihr sonst. Dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Danke dafür. Haut rein. Und tschüss. Gates damit ist es der Grund für Schwach. Und wir sind nurheliz zu müssen. Vielen Dank.